Bitcoin Scheidend hab ich grad Glück gehabt Das Wow wusste gar nicht dass wir sowas können Das tut uns ja wirklich. Egal. Erneut versuchen. Wir probieren das jetzt so lange bis es klappt. Das andere führt ja eh keinen Weg dran vorbei. Wir wissen ja zumindest, dass die Handlanger ignorieren keine sinnige Taktik ist. Oh, ich bin auch kränke. Eigentlich. Eigentlich bin ich wieder weggegriffen. Was ist das für eine Reichweite? Ne. Entscheide. Und weg. Nächste Phase kann beginnen. Irgendwie gar nicht los geht, warum auch immer. Das ist ja mal bescheiden gelaufen, muss ich sagen. Danke für den Hinweis. Jetzt hätte ich mich doch glatt gefragt, wenn ich in den Spiegel schaue. Was da gewesen wäre. Anstelle dessen, was ich sehe. Ja. Jawoll. Gerade wollte ich sagen, der Trick bei der ganzen Sache ist es konzentrierter von Zugang zu sein. Dann gehts bergab. Ich meine sie mich nicht. Das in Batman kann aber auch niemand einfach töten. Das regt mich ein bisschen auf an Batman. Zumindest in den Spielen. Zumindest in den Spielen. Das ist ja nicht so gut. Super, super. Oha, Junkle, seh ich grad Sternchen. Können wir uns auch noch mal erwischen. Okay, den haben wir. Na komm schon, komm schon Kollege. Ich weiß nicht, was du machen sollst, ne? Ne, lass mich mal in Ruhe, das ist besser, glaub mir. Je besser oder je früher ihr mich in Ruhe lasst, desto früher habt ihr auch eure Ruhe. Alle können leben. Alle sind Freunde. Macht ja auch gar keinen Sinn hier so rum zu kämpfen, muss ich sagen. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus, ich bin raus. Ich bin raus, ich bin raus, ich bin raus. Ich hasse diese Titanen, ey. Jetzt wirft er wieder jemanden. Und weg hier. Also noch mindestens einmal. Das haben wir, sehr gut. Und rauf da. So, dass wir es denen da gleich zeigen können. Genau. Perfekt. Das ist immer so eine bestimmte Richtung, in die der tendiert. Also der geht lieber rechts oder links rum. Und wenn man sich dem nicht widersetzt, kommt man viel schneller von A nach B. Und kann auch durchaus einige von den Kollegen hier umhauen. Oderه hat noch eine Chance für den Flugzeug. Und das ist ein Ausfall. Und das ist eine Gronge. Und das ist ein Ausfall, das ist ein Ausfall. Und das ist ein Ausfall. Und das ist ein Ausfall. Aber irgendwann bist du auf jeden Fall amigos. Wirklich, wirkwik. Nurkig, wirkwik. Das ist ein Ausfall, wirken, wirkwik, wirkwikwik, wirkwikwik. Das ist nicht drin. Drogen ist drin. Ich denke eher nicht, oh du Scheiße, heise weg hier. Verdammtes Drecksvieh. Nein man, werfen ist nicht so geil. Und rennen auch nicht, glaub es mir. Gott, John. Batman. Batman, ich liebe dich. Komm, zeig sie. Jawohl. Ich, ich, wir haben es, ach du Scheiße, man. Boah. Verdammte Höllen Scheiße, ey. Ich sag euch. Hier vielleicht, da vielleicht. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Können wir denn die Batman Ansicht nochmal machen? So, ne? Warte mal, die müssen wir so anmachen. So. Strukturell schwache Wand. Da müssten wir doch eigentlich mit dem Bette ringen. Ah, Moment, das müssen wir hier unten machen. Ja. Weil sie nochmal. So geht's nicht, Moment. Zu, zu. Gesichert, gesichert. Hm. Es muss hier mit zusammenhängen. Ach, da. Ich sag euch, was bin ich froh, dass ich das geschafft hab. Nur einer von den blöden Bugs. Und die können wir bei uns eh nicht. Oh mein Gott. Hast du gut gemacht, Batman. Hast du gut gemacht. Hm. Ich glaube, das war strukturell schwach. Wenn wir da von dem Spray was nehmen. Und wie können wir das nochmal sprengen? Zünden mit R2. Oh. Sind wir jetzt tot? Oh, wohl nicht. Glaube ich. Ach, jetzt haben wir den weiteren Weg nach oben geöffnet. Ich verstehe. So. Keep out. Ja, du mich auch. Ja. So. Was geht's hier ab? Was geht's hier ab? Öffnen wir mal die Tür. Okay. Sprengzeug. Spülen. Sprengen. Auf ist die Sache. Ein Leuchtturm. Der ganz zugewachsen ist. Ivy wird stärker. Ich muss sie aufhalten. Ich glaube, sie ist noch im Garten, wo du sie gelassen hast. Aber sie beherrscht ihn jetzt. Du läufst in die Falle. Das glaubt sie jedenfalls. Aha. Warte mal. Wo müssen wir jetzt hin? Ne, Moment. Wie können wir die Karte da? Hier in die botanische Gärten müssen, wa? Dann müssten wir hier links rum. Da durch. Okay. Das machen wir auch. Moment. Was war denn das jetzt? Okay. Ich will's gar nicht erst wissen. Gucken, dass wir dorthin gleiten, wo wir hin können. Oder so weit wie wir können. Sagen wir's mal so. Ah, danke. Was schaffst du noch hin? Keine Ahnung. Das werden wir sehen. Meine Babys kennen jede deiner Bewegungen. Du...